Hi Leute! Joa, also ich bin hier bei Dragonball Fighters und ich habe mir überlegt mal ein paar Ringcampe zu machen und joa, mal gucken wie das wird auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall gehypt darauf und joa, wir kämpfen auch gegen jemanden der ungefähr ein wahrscheinlich so starkes wie ich, also sieht auf jeden Fall so aus und joa, dann geht es gleich los auf jeden Fall. Und yes, es geht auf jeden Fall los und er hat Bardock, Son Goku, Super Saiyajin und Brody in seinem Team, finde ich auf jeden Fall echt nice. Ich habe Son Goku Black, Vegito und Son Goku GT bei mir im Team und jetzt geht es ab auf jeden Fall. Joa. Wird auf jeden Fall mega nice werden, mal gucken, okay, die Intros werden wir uns jetzt leider nicht mehr anhören. Sad life. Okay, jetzt geht es ab auf jeden Fall hier, man. Ja man, jetzt das wird. Okay. Schade, das war ein bisschen blöd von mir gerade. Ich habe leider auch nicht trainiert, bevor wir hier losgelegt haben, deswegen kann es gut sein, dass ich vielleicht eine etwas schlechtere Figur mache zu Anfang hin, weil ich auch erstmal wieder reinkommen muss. Ich habe heute aber noch, ich habe heute noch gar nicht trainiert, ich habe mir gerade eins. Es ist wiegegangen, also. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, gerade auch gegen Brody, der verdammt stark ist, der verdammt stark ist als Gegner. Also ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Schade. Ah, Son Goku. Schade, ich wollte Brody reinholen, aber leider hat es nicht mehr funktioniert, ich war zu langsam. Ich glaube, es klappt dann jetzt. Vielleicht kann ich Brody sogar besiegen. Ja, auf jeden Fall mega nice. Ja, Brody ist schon mal besiegt worden, wie nice. Sauber, sieht gut aus. Radok, der Vater von Son Goku, tippt hier auf den Plan. Okay. Ja. Interessant. Erstmal switchen. Auf Goku. Und, joa. Gucken, wie das wird. Schade, Wujito wurde leider besiegt. Jetzt steht es 2 zu 2. Na, okay. Nice, das ist noch betroffen, Warte, auf jeden Fall. Okay. So nicht, so nicht. Yo. Sieht gut aus, sieht gut aus. Merk, wie wird es ein Sparkling, dann mache ich das halt auch mal. Oh, Son Goku, ich war Saiyajin, sollte man aber auch nicht unterschätzen. Und ich habe leider verloren. Naja, ich habe noch Son Goku, Jiki, hier an meiner Seite. Dann schauen wir doch einfach mal, wie das so wird. Okay. Sieht ganz so nice aus. Okay, ich bin hier, ich stecke hier gerade übelst ein, aber ich versuche es auf jeden Fall besser hinzubekommen. Oh man, jetzt knallt hier mit die Ulti von Bardock rein. Nicht besonders cool. Ich habe leider auch keinen Sparkling mehr, ich habe das leider auch gebraucht. Dragon Fizz! Yes! Super Saiyajin 4! Nice, ich liebe diese Animation einfach von Son Goku GT. Okay. Ja, er liegt wieder mit seiner Ulti von Bardock los. Das ist nicht besonders cool für mich und ich habe jetzt leider verloren. Yo, und der ganze Planet Namek ist erstmal schön explodiert und ich wurde bis in das Weltall geschossen. Man kennt's. Bardock mit seinem Stirnband sieht auf jeden Fall mega nice aus. Yo, er hat gewonnen, aber hat einen wann cooler Kampf, hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Und joa, mal schauen, ob er nochmal kämpfen wollen würde. Wäre auf jeden Fall echt chillig. Joa, und würde ich echt feiern. So, wäre ich cool. Und joa, dann schauen wir doch einfach mal, ob er nochmal fighten möchte. Und joa, dann sehen wir das jetzt. Na, möchte er nochmal kämpfen? Wie sieht's aus? Joa, fragen wir ihn doch einfach mal. Joa, er möchte nochmal kämpfen. Nice. Nice. Okay, er hat sein Team jetzt auch nicht verändert oder sowas. Hm. Mal gucken, wie das dieses Mal ausgeht. Und es tut mir leid, wenn das hier irgendwie rauscht oder so. Ich muss da noch etwas dran fallen an der Lautstärke. Aber, ja, ich hoffe, das geht in Ordnung. Ihr könnt es mir ja dann sagen. Ja, Sun Goku Black. Ja, nice. Yeah, nice. Das Gute ist, wenn man eine Eins drückt und diese Sprint-Attacke trifft, dann ist sie unblockbar und der Gegner kann sie auch nicht abwehren. Ja, das ist eigentlich ganz cool an der Attache. Ja, erstmal mit einem super Angriff. Wie schade, hat er leider nicht getroffen. Ich war mir eigentlich sicher, dass sie treppen würde. Aber naja. Was passiert. Es ist eigentlich, er hat jetzt schon sein Sparkling aktiviert und wir sind gerade mal am Anfang vom Kampf. Und ja. Also ich habe einen Vorteil, weil ich werde es mir noch aufheben. Und dann schauen wir einfach mal. Rudi, alter, mit seinen Muskeln. Lass uns zu Chito wechseln. Okay, er hat auch zu Bardock gewechselt. Boah, schauen wir doch einfach mal, wie das wirkt. Boah. Bardock, alter, Bardock hat auch cool Combo-Attacken. By the way, auf jeden Fall. Ich finde dieses Spiel ist einfach mega cool, weil es vereint Animes, Anime-Games und halt auch Taktik. Und das ist halt mega cool. In diesem Spiel darf man halt nicht einfach nur blind drauf und los spielen, sondern man muss halt auch wirklich überlegen, was man macht so. Und das feiere ich halt total übertrieben. Ich liebe solche Spiele einfach. Wo man halt auch überlegen muss, was man tut und wer. Das ist auf jeden Fall mega nice. Aktiviere ich auch mal meinen Sparkling. Okay, ich wollte eigentlich nur Ulti aktivieren. Aber es hat leider nicht hingehauen. Schade. Okay, krass. Ich dachte, er würde mich noch erwischen. Gibt einen Schlag oder so. Aber, okay, ich habe ihn noch auch besiegt. Okay. War auf jeden Fall nice. Oh nein. Geht's um Gruppus Ulti. Na, schade, er hat mich besiegt. Nicht so schlimm. Ich habe ja noch zwei Charaktere. Nichts da, Alter. Nichts hinterher nach Kamerammerhaar. Schade. Zone überliegt von mir. Schade. Ich dachte, es würde klappen. Ja, okay, die Autocombo von... ...Sungupu GT. Ja, nice. Ich habe ihn besiegt. Finde ich ganz chillig. Eins zu eins steht's dann. Joa, nice. Finde ich auf jeden Fall echt chillig. Und der Gegner hat auf jeden Fall auch einiges drauf. Und... Joa. Nice. Auf jeden Fall. Echt cool. Mal gucken. Er ändert wohl gerade sein Team, oder? Gucken wir doch einfach mal. Ja. Er hat sein Team geändert. Okay. Dann geht's jetzt auf in Runde 3. Diesmal entscheidet es sich. Ich hab mir überlegt auch, immer ein Best of Three zu machen. Also immer drei Matches hintereinander. Und... Joa. Wenn euch das gefällt, dann... ...würde es mich echt sehr freuen. Und... Ja. Ja. Auf jeden Fall echt nice. Okay, ich stecke gerade Gült rein. Bardock ist auf jeden Fall echt stark. Okay, das war ein bisschen blöd von mir gerade. Jetzt müssen wir zum Gito switchen hier. Zu gucken, ob man noch einiges retten kann. Ja, schade. Dass ich nicht seine Abwehr durchbrechen konnte. Ja, Gültos hier gerade voll am austeilen. Ja, leider stecke ich auch gerade voll ein gegen so einen Gokoblack. Nicht besonders geil. G-Jot kommt noch Energie. Ja. Okay. Ja. Schade. Ich hab auf jeden Fall nicht gemessen. Ich hab auf jeden Fall nicht gemessen. Ja, auf jeden Fall nicht gemessen. Okay. Okay. Okay, Gültos ist besiegt. Leider. Nicht schade. Okay, Son Goku Black ist leider auch besiegt worden. Und jetzt liegt es an Son Goku GT. Mal gucken, ob er noch einiges rausreißen kann hier auf jeden Fall. Boah. Auf jeden Fall mega nice. Das sieht echt nicht gut aus. Oh man ey. Belast mich. Wir gehen fest. Yo, nice. Ja, Bardock ist down. Nice. Okay. Das ist auf jeden Fall sad. Ich stecke hier gerade ein auf jeden Fall. Leider trifft ich seine Wookiee komplett. Und ja, ich habe leider verloren. Okay Leute, das war's mit diesem Video. Und joa. Ich bin damit raus. Bye Leute. Auf jeden Fall. Ciao. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020